Yo Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute wird nochmal komplett Fortnite-Hopps genommen. Denn wir werden heute mal probieren, mit der allerersten Waffe, die wir im Battle Royale-Modus finden, einfach die Runde zu holen und zu gewinnen, Leute. Und Digger, ich bin einfach anders aufgeregt und ich bin auch anders schlecht. Deswegen ist heute Nico mit am Start, was geht? Was geht ab? Digger, du musst dich heute ganz anders durchcarryen. Ich bin ganz anders. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir spulen fort zum interessanten Teil. No front. Wir werden es auf jeden Fall so machen, wir werden halt auf der Map landen. Wir wissen noch nicht, wo wir landen, wir müssen halt gucken, wie der Bus fliegt. Wir werden es generell nicht so machen, dass wir die erste Waffe, die wir sehen, ins Inventar holen, weil, Leute, jeder kennt es, wenn man irgendwo runterfliegt, man sieht schon tausend Waffen. Sondern die erste Waffe, die wir aufsammeln, bei der gilt die Regel dann, dass wir nur noch mit der zocken dürfen. Heißt so viel, wie wenn wir am Anfang auch eine Pistel sehen, müssen wir die nicht direkt aufheben. Wir haben dann auch die Chance, weiterzugehen. Ich meine, wir müssen schnell Waffen finden, weil sonst sterben wir wahrscheinlich nicht. Aber ich denke mal, ihr habt es im Prinzip verstanden. Wir labern jetzt nicht lang drumherum, Leute. Wir probieren das Ganze einfach mal aus. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, Leute. Ich bin gehypt, ob wir das, Digga, ob wir das überhaupt schaffen. Das wird so schwer. Aber wir haben Nico am Start. Der rasiert hier eh alles weg. Wir fangen an, Leute. Und let's go in die Runde. Okay, Leute, wir sind in der Runde. Und wir haben gerade schon gesagt, wir werden jetzt bei Lazy Lake landen, weil das halt ein bisschen weiter weg ist. Und wir müssen halt echt schauen, dass wir jetzt nicht der Agency oder so gehen, Digga. Boah, Digga. Gucos Ansage war eh erste Runde, schaffen wir das. Aber... Ach, nee. Oder... Weiß ich aber nicht. Also, ich bin confident. Wir machen das. Man muss ehrlich dazu sagen, wir haben gerade eine Runde gezockt zum Warmmachen und wir winnen gold, Digga. Ja, gut, aber wenigstens einer, der ein bisschen woanders landet. Ja, scheiße. Nee, der eine fliegt gefühlt direkt neben dir. Ja, ich merke es schon, Digga. Das ist nicht so geil. Okay, ich gehe irgendwo hier hin. Komm auch ein bisschen abseits her. Ich habe Angst, eine Waffe mitzunehmen, weil ich weiß, ob es eine bessere gibt. Boah, Digga. Ich werde schon abgeschossen. Ah, ja, Bruder. Okay, grüne, M4. Ey, wenn die uns jetzt rushen, wir müssen direkt... Boah, Digga, blaue M4 ist... Ah, die ist eigentlich lecker, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich die nehme. So eine grüne Tech ist hier auch noch. Digga, ich weiß nicht, was... Boah, entscheidest du, Digga. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme die Tech. Ich glaube, ich gehe auf Nahkampf. Ja, dann gib mir die blaue... Ah, ja, komm, dann zeige ich her. Ja, okay, ich habe die Tech. Oh, mein Gott. Oh, da soll ich Pumpka nehmen. Aber Kraus, scheiße, ne? Also, wenn ich jetzt ilk klicke, dann... Ja, ne, ne, ne. Nehmen die. Oh, das ist die Fernkampf, ich mache Nahkampf. Okay, okay, okay. Und Leute, nicht wundern, die Regel gilt halt nur für die Waffen. Also, wir dürfen nur eine einzige Waffe benutzen. Aber, ähm, klar, Medipacks oder Minis oder sowas, das dürfen wir schon mitnehmen. Oder wir dürfen auch Kisten aufmachen und die dann da rausholen. Also, so Medi-Sachen sind damit jetzt nicht gemeint mit der Challenge. Aber wir dürfen halt nur mit einer Waffe machen. Deswegen nicht wundern, falls gerade der eine oder andere schon in die Kommentare schickt. So, okay. Gib mir mal die Eier, Muni, please. Das stimmt. Danke. Ja, komm, Digga. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, warte. Warte, warte, warte. Ich hab keine Mets. Och, Digga. Die killen mich nicht doch jetzt. Hä? Warum killen die mich nicht? Digga, die killen mich nicht. Einfach nur mit Tech. Einer ist genau hier drin. Und einer rusht dich von oben, glaube ich. Digga, der Boy. Hä, wie Tech? Ich dachte, du hast eine SMG. Nein, ich hab gesagt, grüne Tech. Ach, eine Tech. Ja, Nahkampf, hab ich dir gesagt, Digga. Ich hab Angst mit SMG. Ja, dann warte, ich hab sogar noch Munition, Digga. Hier. Vier Schuss auf Ehre. Alter, danke, Mann. Ich wollte mir gerade die Bandagen-Bazooka holen, aber die zählt nicht, ne? Nee. Ist das eine Waffe? Ich weiß nicht. Ja, ist schon... Ich weiß, scheiß drauf, ich hol die nicht. Aber hinten lag ich Verwände. Nee, ich hab hier. Ach so, okay. Nice. Erstmal Waffe upgraden gehen, Junge. Dann hab ich die Waffe überhalten. Ich hab die Waffe überhalten. Ey, stimmt. Ja, lass das machen, oder? Das Ding ist, wir können nur rasieren, wenn wir auch richtig viel bauen. Weil ich glaub, wir beide gehen mehr so auf Nahkampf. Ich bin auf Entfernung nicht ganz so krass, Digga, mein Aim. Aber... Perfekt, dass du da die AR genommen hast. Ja, aber dieses, Digga, für Nahkampf ist die auch nicht schlecht. Wir upgraden jetzt einfach eine M4, Leute, und haben einfach eine Skar. Bruder, was ist los? Äh, oh, Heli oder so? Auto? Ne, Heli, ne? Keine Autos. Digga, keine Ahnung. Auto. Upgraden! Oh, ja. Digga, wie geil. Und wir haben einfach eine epische Skar. Aufgeregt, Leute, momentan ist der allererste Versuch, wenn wir das First Try schaffen. Wie krass wär das bitte? Und ohne Scheiß, probiert das selber auch mal aus. Ihr könnt ja mal mit euren Freunden oder so auch mal Duo Squad oder keine Ahnung was zocken. Und probiert das gleich mal. Ich würd mich mal interessieren, ob ihr das auch schafft. Schreibt's mir mal in die Kommentare, Leute. Aber ich war auch, Bruder. First Try ist schwer. Ich weiß es nicht. Soll er das Haus noch mit looten oder? Hm, na, das ist überdurchfahren. Okay. Grund ist schnell. Die Sache ist, wenn man am Anfang riskiert, Agency zu gehen und dann eine Tommy holt. Aber die Sache ist, wie will man überhaupt Midas killen, dann geht's ja auch nicht. Ich glaub, Midas mit Pickaxe wird schwer, Digga. Oh, 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 ich bin ausgestiegen, scheiße. Ja, jo. Ich fahr noch ein paar Meter weiter. Die haben Minigun, ne? Muss ich nur aufpassen. Das ist jetzt. Ich leb noch. Ey, von oben auch noch Heli. Der rushed mich. Ach, du musst jetzt warten, bis die kommt. Ja, natürlich muss ich warten. Aber du hast Mads. Schön. Komm schon, Digga. Der mit dem Minigun. Das kann ich halt nix machen. Oh, Junge. Junge, dir. Schön. Oh. Oh, oh. Oh, let's go. Und Midi-Pack. Und Jump-Hat. Hier hatten alles, Bruder. Hol mal eine Karte, hol mal eine Karte. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Digga. Der gerade übel gefälscht. Junge, der Carry ist am Start. Digga, hab ich gar nicht mehr nachgedacht. Schau mal, bevor du belebst mich, dann dürfst du mal keine Waffen mehr holen. Das heißt, die Zuschauer wissen gar nicht, dass ich mit einer anderen Steuerung spiele. Das heißt, ich hab keine Ausrede. Ach so, das Ding ist, Leute. Nico zock grad. Wie heißt die? Mit einer Klau, ne? Mit Klau, ja. Diese Tastatur, die aussieht wie eine Hand. Nein, 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 Digga. Ich bin mit einem Controller und meine Finger sind anders positioniert. Nicht eine Klau an Tastatur. Ich spieler Controller. Ach, ich Idiot. Ich dachte beim Namen Klau. Ich hab mich schon vorhin gewundert, was du meinst. Weil Revi hat damit doch mal gezockt. Hast du mal gesehen bei dem? Ja, ja, ich hab das gesehen. Aber das ist das nicht. Ich spieler Controller. Und du musst dir denken, meine Finger sind jetzt anders positioniert. So, vom Ding her. Und das ist halt auch ein Riesenunterschied, wenn man das noch nie gespielt hat davor. Ach, krass, okay. Nur damit die Ausrede schon mal sitzt. Ja, moin, Digga. Guck mal, direkt Minis, Biggie, alles. Guck mal hier, direkt Starterpaket. Ey, du hast selber, baller dir erstmal selber ne Biggie. Ja, ich hab noch einen, ich hab noch einen. Okay, okay. Okay, Leute, wieder back im Game. Ein easy win, ich sag's dir. Junge, push mal nicht so. Guck mal, wie er schon... Wir gucken, wir werden's sehen, Digga. Mach hinne! Und hab. Ey, Junge. Ich hab einfach ne goldene Ska, Leute. Wir haben einfach ne goldene Ska. In dieser Challenge. Der Hase schmeckt's. Boah, hier liegt die Tobi Gun. Ich darf sie auch nicht nehmen. Der hier bei mir, bei mir, bei mir, Bro. Der hier bei mir. Hab einen, hab einen. Hier drinnen, hier drinnen. Pass auf. Pass auf, niemand. Ich krieg die Wolle. Ich komm, ich hole die Scheiße einfach ab, Digga. In, in uns drin. Hä? Er ist hier unten. Hä? Hier unten drin ist er. Hab die Wolle. Papi, Papi, let's go. Let's go, Junge. Und da liegt die goldene Ska. Die hätten wir auch eigentlich so bekommen können. So, warte mal. Digga, da liegt einfach der Grablauch. Das ist Spaß, Digga. Ich kann das nicht. Hier liegt einfach alles. Die müde. Digga, die Mom-Mom krieg ich gerade. Ey, das gibt's doch nicht. Warte mal, irgendwo lag noch ein Biggie rum. Ich hab alles. Ich hab alles. Ich hab acht Minis und ein Biggie. Ich hab sechs Minis. Warte mal. Ey, Digga, ich hab acht Jump-Hits. Lass mal. Ey, oh. Ich hab 3000 Mets. Ich hab auch was da drauf. Digga, aber vorher hab ich acht Jump-Hits. Ey, Digga. Einfach acht? Hier liegt einfach alles, ne? Hier liegt einfach und einfach der Grablauch. Wir dürfen ihn nicht abgeben. Lass ihn kurz, lass ihn kurz genießen. Och, Digga. Digga, ein bisschen Action hier fürs Video. Boah, Bruder, Bruder. Ey, die Laser haben mich in der Luft komplett auf. It's only game. Ah, boah, was los, Digga. Es ist nur einer. Ne, es ist zwei. Aber der eine ist noch ganz unten. Jetzt ist er auf deiner Höhe. No. Ich hab einen, aber zwei AP. Oh mein Gott, Nico, komm schon. Hinter dir, hinter dir. No way. Shit, komm schon. Oh mein Gott, schön. Nein. Oh. Da lag irgendwo ein Fisch, Digga. Ich brauch den. Ich versuch's zu holen. Der Typ sweated aber auf sein Leben. Digga, der ist aber auch... Schön. Boom, Digga. Oh mein Gott. Aber die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, kann man das schon Carry nennen? Ich glaube eher weniger. Neun Kills. Wie viele hab ich? Zehn Eros. Null. Hast du keinen Kills? Ich hab nicht einer als sie. Oh mein Gott. Das war der First Try. Die erste Runde. Okay, Leute. The Agency. Letzte Runde. Letzter Versuch. Ready? Okay, wir machen wieder. Alle meine Zuschauer kennen sie. Die Evive-Rute, Digga. Wir gehen wieder in die Mülltonne. Und sind dann im Keller. Das ist eigentlich übel, die schlaue Route. Du kannst dich sofort verkleiden dann gleich. Und kannst die erste Chest aufmachen. Die erste Handlanger Chest. Oh, ich hab einen. Schön, schön, schön. Ich bin unten drin. Jo. Ich komm auch nach unten. Warte. Hier ist ne Chest. Bitte, Digga. Bitte ne gute Waffe. Oh, grün Attack. Ich hol sie auch. Scheiß drauf. Ja. Machen wir bei dir. Ich schock werde jetzt. Ja, eben mit AR, Digga. Ich war ein bisschen lost. Bei mir einer. Down. Ich komm. Bist du oben noch? Oder auch schon irgendwo unten? Oh mein Gott. Die Bots killen mich, Bro. Ich kann nicht bauen. Die Bots killen mich. Nein. Ich kann nicht bauen. Tschüss. Noch einer. So, jetzt hab ich auch mal den ersten. Hier liegt deine Knock. Wo? Ach lol. Hier hol mich schnell. Digga, ab jetzt wär ich vom Boss gekillt. Digga, ich hab nur noch einen Shotgun-Schuss gerade. Okay, fünf, vier, drei. Oh, guck mal hier oben. Ja, ja. Ah, okay. Jetzt hab ich's nicht bekommen, aber egal. Voll die Muni. Hier komm. Wie bei uns direkt, wie bei uns direkt links. Ja. Müssen wir, Digga. Oh, Reboot, Reboot. Hab ich. Schön. Ich glaub, oben, oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Ja, ja, ich seh's. Oh, die Kaplau-Pump, Junge. Ich geh hoch. Ich komm. Hab ihn. Let's go, Digga. Oh, unter mir. Ich hab nicht viel Leben. Er geht in den Keller. Er geht in den Keller. Ich hab nur einen Schuss. Ich kann nicht rein. Ich geb mir Medikin, ich geb mir Medikin, chill. Ja, ich chill kurz, ich chill kurz. Hier sind Muni. Job. Danke. GD, Digga. Zwei Schuss. Ah, nee, waren mehr. Okay, komm. Lass auch unten rein, oder? Ja, warte. Ich hab ja noch eine Chess. Vielleicht Minis oder so, weil wir sind echt drauf. Ja, okay, okay. Der ist aber auch schwer in der heißen Zone. Ja, oh. Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Ich komm. Cracked. White. Ein AP. Ab ihn. Schön. Der Boy ist down. Es kommt noch einer. Der ist hier, der ist hier, der ist hier. Unter diesem Eingang. Der hat sich verwandelt als Ding. Ich hab ihn. Nice, jetzt geht's hoch. Digga, Runde läuft. Oh, Digga, ich werd schwer vom Bot gelasert. Ja, und der Typ von unten kommt. Heil dich. Die hier zwei Stück vor mir direkt. Der Bot hoch. Oh, er ist weiter hinten, Digga. Ich kann jetzt nix machen, Digga. Ey, er ist zu weit. Einer pusht mich jetzt. Ich hab keine Meds mehr fast. Ach, Digga. Ist er bei dir? Cracked, cracked, cracked. Ich hab keinen Schuss mehr. Oh, mein Gott. Digga. Ich hatte auch keine Muni mehr. Bruder. Oh, mein Gott. Ich hab auch keine Ammo. Okay. Aber egal, Leute. Der Agency haben wir schon mal überstanden. Digga, das ist schon eigentlich stabil. Dafür, dass wir nur eine Waffe haben dürfen. Hast du noch Schie? Komm her, ich baue Jump Head, oder? Ja, okay. Okay, ich mach. Wir dürfen also nicht gelasert werden in der Luft. No! Das ist jetzt nicht passiert. Ja, und ich glaub, genau jetzt hauen die ab. Ja, die fahren mit diesem Ding. Vorsicht. Bleib schön in Deckung. Hm. Ja, jetzt können die uns halt von da oben lasern. Ne, ne, ne. Die gehen in die Zone. Ja, okay. Ich würd sagen, dass wir das Boot damit außen rumfahren. Wenn wir jetzt hier hochgehen, sind wir tot. Ja, dann komm. Hast du noch genug, äh, Heli? Ne, gar nichts. Den Ding müssen wir schnell machen. Okay, go, go, go. Lass mich allein. Er tanzt da noch hier, den Digga. Das war ein Abschiedstanz. Irgendwo, als ob man, wenn du nicht Wasserlöp 2 weg bist. Ich dach grad, ich dach grad, Junge. Ich dach grad, sonst bin ich tot. Ja, Digga. Ah, shit. Shit, shit, shit. Aber egal, Leute, denn wir haben die Challenge auf jeden Fall geschafft, Digga. Erste Runde, Junge, wie viele Kids hast du nochmal? Erste Runde, 11er, 12er, sowas. Absoluter Carry, ich hatte ganze 0. Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da schaut auf jeden Fall bei Nico vorbei, Leute, für diesen kranken Carry, Leute. Alle Links in der Beschreibung, checkt da gerne mal vorbei. Also, falls ihr mal Bock habt, irgendjemandem zuzugucken, der gut Fortnite spielen kann, im Gegensatz zu mir, dann schaut gerne mal beim Twitch-Kanal von Nico vorbei, Leute. Alle Links in der Beschreibung. Und da würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.